Die zentrale Aufgabe des Blutes ist der Transport und dafür muss es bis in die letzten Winkel unseres Körpers gelangen. Denn das Blut sorgt dafür, dass alle Zellen des Körpers ausreichend Brennstoff haben. Es bringt ihnen Sauerstoff und energiereiche Stoffe wie Traubenzucker. Das Kohlendioxid, das bei der Verbrennung entsteht, wird wieder abtransportiert und durch die Lunge ausgeatmet. Außerdem verteilt das Blut Hormone, Mineralstoffe und Vitamine im Körper und leitet Abfall und Giftstoffe zu den Ausscheidungsorganen, vor allem in die Leber und in den Nieren. Nicht zu vergessen ist der Transport von Wärme, sodass das Blut auch für die Wärmeregulierung des Körpers mitverantwortlich ist.